Guten Morgen, hier ist die Paragrafen-Sylvia aus dem Wald. Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, dass alle Probleme dann anfangen, wenn du aus der Freude rausfällst? Also ich kenne keine Menschen, die sich freuen und gut drauf sind und die über Probleme sprechen oder nicht schnell mit denen fertig werden. Deswegen mach dir doch einfach mal bewusst, mach dich nicht lustig über die, denen es gut geht, sondern frag dich vielleicht einfach, wie die das machen, dass sie in der Freude bleiben. Denn das passiert nicht von alleine, das kann ich dir versprechen. Aber ich weiß, wie es geht. Also wenn du es lernen willst, nimm doch mal Kontakt auf www.paragrafen-Sylvia.de und treib dich mal auf meinem YouTube-Kanal rum. Da ist viel Freude-Potenzial. Mach's gut, bleib gesund, Hakuna Matata, alles ist gut und wird jeden Tag besser.